Was ist das Erstaunlichste? Der Marienmonat Mai und wir stehen hier am Muttergottesaltar. Das ist ein Ort, der für ganz viele Menschen wichtig ist. Und das erlebt man immer wieder in Kirchen, dass der Ort, wo eine schöne Pieta, ein schönes Bild der Gottesmutter steht, dass dort ganz viele Menschen hingehen, um zu beten, dass das ein ganz wichtiger Ort ist. Und wenn ich richtig gezählt habe, gibt es hier in der Kirche sogar fünf Bilder der Gottesmutter, also fünf Statuen und dann noch eine ganze Fensterreihe. Aber das werden Sie sicherlich besser wissen, die Sie hier von Großzimmern kommen. Und Sie werden auch wissen, wie das in Ihrer Kirche ist. Maria, die darf in diesem Monat eine Rolle spielen, der Spiritualität der Kirche. Sie ist die Frau, die Christus auf die Welt gebracht hat, die ganz eng dran war an diesem Christus. Und an ihr dürfen wir uns da ein Vorbild nehmen, dass auch wir mehr zu diesem Jesus Christus finden, dass er auch immer mehr da in unserem Herzen sein darf. Im Ausland habe ich das auch erlebt. Eigentlich überall, wo die marianische Verehrung stark war, da war der Glaube auch stark gewesen. Maria ist nicht das Zentrum des Glaubens, aber sie ist so ein bisschen das Herz. Sie ist so wie die Mutter, gegen die man nichts haben kann. Sie ist so die, die für Christus spricht, dem nichts wegnehmen will und die uns hinführen möchte zu ihm. Wenn Sie das können und mögen, nutzen Sie die Zeit. Das Ave Maria ist ein ganz tolles Gebet oder auch das Rosenkranzgebet, wenn es Ihr eigenes ist, wenn es Ihnen liegt. Nutzen Sie es. Der Rosenkranz, das ist nicht nur ein frommes Utensil in Autos, sondern den darf man durchaus beten. Der hat etwas mit unserem Glauben zu tun. In der Mitte von jedem Ave Maria ist immer das Jesus, das uns zu diesem Jesus führen will. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit, eine gesegnete Zeit. Wir dürfen jetzt wieder Gottesdienst feiern. Sie haben das mitbekommen. Wir werden trotzdem weiter streamen. Das heißt, Sie haben die Freiheit. Es wird allerdings so sein, dass sicherlich nicht alle, die kommen wollen, auch kommen können, weil wir zu wenige Plätze haben. Von daher nutzen Sie gerne auch die Gottesdienste unter der Woche und wenn Sie das mögen, nutzen Sie auch das Streaming. Wir werden schauen, wie wir weitermachen. Am Donnerstag dürfen wir uns auch treffen mit dem Pfarrgemeinderat. Die anderen Gruppen und Kreise dürfen sich noch nicht treffen. Nur die wichtigen, die Räte, dürfen jetzt schon zusammenkommen. Von daher werden wir da beraten und schauen, wie es weitergeht und was so Perspektiven sind für unsere Pfarrei. Eine gesegnete Zeit. Bis demnächst. Tschüss. So. O